Die Rentenrevolution. Mehr Geld für Geringverdiener. Das Äquivalenzprinzip soll oder muss aufgegeben werden. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ja, meine Damen und Herren, das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaft, schlägt vor, doch mal über das Eherne-Prinzip im Rentenrecht das Äquivalenzprinzip mal nachzudenken, es zu überdenken. Denn damit könnte man vielen Millionen Geringverdienern eine höhere Rente bescheren in Form einer Mindestrente. Ich zeige Ihnen das einfach mal, wo das aufgemacht worden ist. Und zwar in der Online-Ausgabe von Business Punk vom 14.10.2024. Und dort wird unter der Überschrift Rentenrevolution. Mehr Geld für Geringverdiener hier dann auf das Thema sofort eingegangen. In Deutschland ist klar, wie immer, Rente ist wirklich das ultimative soziale, heiße Eisen. Es geht immer um Verteilung. Es geht immer um Gerechtigkeit. Es geht immer um die Frage, warum Beamte, Politiker und Selbstständige in die Rentenkasse nicht einzahlen und vieles andere auch. Und jetzt bringt das DIW frischen Wind in die Debatte rein und sagt ganz einfach, Leute, wir müssen mal über das Äquivalenzprinzip nachdenken. Wir wollen doch, dass Geringverdiener, die ganz schlechte Rentenaussichten haben für die Zukunft, doch auch wenigstens eine Mindestrente bekommen. Und das sorgt wohl für Furore. Die Idee, das Äquivalenzprinzip, das bisher sicherstellt, dass Gutverdiener aufgrund einer höheren Einzahlung auch höhere Renten bekommen, soll nach dem Willen des DIW abgeschafft werden. Stattdessen soll eine Mindestrente eingeführt werden, die durch höhere Abgaben der Besserverdienenden finanziert wird. Das heißt also, die Besserverdienenden geben einen Teil ihrer Rentenanwartschaft zugunsten der Geringverdienenden ab. Ja, das Äquivalenzprinzip in der Rente bedeutet nichts anderes. Verdiene ich viel, kriege ich eine höhere Rente. Verdiene ich wenig, bekomme ich eine geringe Rente. Und die, die wenig verdienen, können oftmals gar nichts dafür, dass sie wenig verdienen. Denn die sind zum Teil gebeutelt durch Jobverlust, Scheidung, Teilzeit, Jobvermittlung, Mindestlohn und vieles mehr, meine Damen und Herren. Krankheit und vieles mehr. Und die haben halt eben Pech, selbst wenn sie 30 oder wenn sie 40, 50 Jahre arbeiten, bekommen die einfach nur eine schlechte Rente. Ja, und dieses Problem ist ein gesellschaftliches Problem. Und das muss man natürlich angehen. Und da muss man sich einfach fragen, wollen wir da nicht die Geringverdienenden einfach besser stellen und denen eine Mindestrente geben? Das ist ja auch eine Forderung, die zum Beispiel die Linken, die Partei Die Linke immer wieder stellt. Aber, meine Damen und Herren, wie das eben im Leben so ist, diese Forderung, das Äquivalenzprinzip aufzugeben, das heißt also, das Besserverdienende ein bisschen von ihren Beiträgen, die sie einzahlen, für die Geringverdienenden abgeben, das wird auf wenig Gegenliebe stoßen. Sie wissen ja auch, die FDP, auch die SPD und auch die CDU, CSU würden das sicherlich nicht mitmachen. Vor allen Dingen, letztgenanntere Partei, will ja Kanzlerpartei werden, die haben ja vor, sowieso die Rente mit 63 abzuschaffen und das Renteneintrittsalter nach oben zu setzen. So nach dem Motto, das ist das Einzige, was in Deutschland noch die Rente retten kann. Ja, meine Damen und Herren, die Rentendebatte ist heiß geführt. Sie ist ein hart umkämpftes Terrain. Ja, also wir sind da auch voll mit dabei. Ich mische dort voll mit und ich kann nur einfach sagen, das finde ich ist eine gute Idee, dass man erst mal generell sagt, eine Mindestrente einzuführen und zu sagen, wer hier in Deutschland 35, 40 Jahre gearbeitet hat, unabhängig jetzt von der Höhe seiner Einkünfte, der hat Anspruch zumindest auf eine armutsfeste Mindestrente. Das wäre ja mal was. So ungefähr funktioniert das Prinzip auch in den Niederlanden. Ja, meine Damen und Herren, die Gegner, die Kritiker der Mindestrente oder der Abschaffung des Äquivalenzprinzips sind natürlich auch sofort auf dem Plan. Die sagen schlicht und ergreifend, das kann nur negative Folgen für die Wirtschaft haben und auch negative Folgen für die Motivation, selber in die Rentenkasse einzuzahlen. Ja, meine Damen und Herren, man kann darüber nachdenken, ob das nun das Äquivalenzprinzip sein muss oder ob wir nicht eine umfassende Erwerbstätigenversicherung in der gesetzlichen Rente einführen, wo alle Erwerbstätigen in Deutschland einzahlen. Auch Selbstständige, auch Beamte und vor allen Dingen aus Gerechtigkeitsgründen auch die völlig überzogenen Altersruhegehälter der Politikerinnen und Politiker, die im Bundestag sitzen, abgeschafft werden müssen und diese Leute auch in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Meine Damen und Herren, ich verweise auch darauf, es gab schon Vorschläge verschiedenster Parteien im Bundestag, auch der AfD, meine Damen und Herren, ja, Sie hören und staunen, auch der AfD, die die Einführung einer gesetzlichen Rentenversicherungspflicht für Politiker gefordert haben. Ich sage nur eins, meine Damen und Herren, diese ganzen Vorschläge, auch die Vorschläge der Partei Die Linken und der BSW wären nur folgerichtig, um die Frage der Gerechtigkeit der gesetzlichen Rente in Deutschland und der Altersvorsorge in Deutschland auf den richtigen, auf den sozialen Weg zu bringen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema, Einführung einer Mindestrente durch Abschaffung des Äquivalenzprinzips, sozusagen eine wirkliche Rentenrevolution. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.